Und damit herzlich willkommen zum Tuxflash und viele Grüße aus den Osten in den Norden. So, jetzt habe ich mal den Spruch geklaut. Das machen wir eher selten, aber das stimmt. Grüße zurück aus dem Norden in den Osten. Ja, genau. Und natürlich herzlich willkommen an alle anderen. Genau. Und je nachdem, wo ihr uns gerade seht, hört oder sonst irgendwas, auf, wo sind wir überhaupt? Also natürlich auf meinem Kanal, nicht der Weisheit letzter Schluss. Dann sind wir noch bei Linux Guides schrägstrich live und wo sind wir noch? Bei mir auf Twitch, Saint of Sinner und YouTube sind wir auch noch live dort. Puh. Also wir sind Multi-Parallel-Streaming, was weiß ich nicht. Alles. Also man kommt letztendlich gar nicht an uns vorbei. Genau. Und später kommt es ja eh dann wieder auf Spotify und... Das war eine andere Firma, wessen Name ich immer vergesse. Was mit dem Apfel da. Ich weiß immer nicht, wie es heißt. Die Firma, dessen Namen nicht gesagt werden darf. Nee, doch. Das kannst du ruhig... Die können wir ruhig Apple nennen, aber... Ja. Ich weiß halt nicht, wie deren Produkt heißt, weil es mich absolut nicht interessiert. Ist das immer der Silber Quatsch? Ist das iTunes? Ich glaube eben nicht. Ich glaube, das heißt Apple Music oder Apple Podcast. Das gab es auch mal. Das ist alles. Das tun die ja öfter wechseln als sonst da was. So gefühlt. Nee. Das fing mit dir an. Genau. Noch ganz kurz für alle anderen als Info. Dem Jean geht es gut. Der ist noch heute nicht da, weil er nicht kann. Genau, ja. Darum habe ich auch das Vorschaubild so ein bisschen retuschiert. Also da, wo er normalerweise sitzt, da habe ich dieses Mal denn das Themenlogo hingeschmissen. Also dahinter war er auch noch versteckt, aber er guckt nicht durch. Ja. Aber er ist natürlich bei uns im Herzen. Genau. Und wer Sehnsucht hat, natürlich auch Linux Guides abonnieren. Da kann man ihn dann immer, wenn man Lust drauf hat, sich angucken. Würde noch so ein Pappaufsteller irgendwie Photoshoppen. Aber hat nicht geklappt von der Zeit her. Also von Jean, der dann einfach umkippt, wenn ich hier auf den Knopf drücke, um die Illusion aufrecht zu erhalten. Hat nicht geklappt. Also zeitlich. Grob ausschneiden, dann hier Schlagschatten drunter und dann mit so verschiedenen Stufen so ein bisschen schräg stellen. Also das, ja, ja. Und posterisieren. Oder wie der Effekt nochmal ist. Ja, genau. Das machen wir denn, keine Ahnung, hast du irgendwie so einen Bastelabend oder so? Heute machen wir hässliche Grafiken. Das wäre doch mal ein Thema, oder? Das wäre vielleicht mal ein Thema, aber das machen wir mal nicht. Okay, das machen wir nicht. Okay, gut. Das machen wir mal nicht. Was wir heute machen, ist über die digitale Souveränität und Freiheit, nee, Unabhängigkeit zu sprechen. Freiheit ist ja eh immer so eine Sache. Ich bin so ein bisschen erschrocken, letzte Woche, oder war es diese Woche? Vielleicht vorbereitet. Es gab einen Artikel. Muss ich auch überlegen. Wir haben zwar schon Donnerstag, aber fiel das noch in diese Woche oder in letzte? Das könnte auch in letzter Woche gewesen sein, aber egal. Ich kann es dir gar nicht mal so genau sagen, aber ich kann ja relativ schnell wieder aufrufen. Ich weiß ja, wo er ist. Auf Linux News ist mir da nämlich ein Artikel über den Weg gelaufen. Fand ich die Entwicklung relativ erschreckend. Der ist vom 22. Mai von dieser Woche. Monat. Okay. Genau. Ganz knapp diese Woche. Große Überschrift. Bundes-IT. 209 Millionen Euro für Microsoft. Geben wir aus. Ja. Das klingt nicht nur viel, sondern das ist auch relativ viel, wenn man bedingt, wenn man da mal diesen Artikel sich weiter durchliest, dass das gestiegen ist. Und zwar, na exponentiell würde ich es jetzt nicht sagen, aber doch schon ziemlich extrem. Und das ist so eine Entwicklung, da muss ich ganz ehrlich sagen, die gefällt mir überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Also ich habe den Artikel jetzt auch direkt vor mir. Also da steht drin, 2015 waren es noch 43,5 Millionen und 2019 57,2. Und jetzt haben wir ja einen relativ großen Sprung, also auf die 209, so ganz grob vervierfacht. Und also vervierfacht in vier Jahren. Also das ist eine super Rendite. Also das ist eine ganze Menge. Also vor allem so einen Sprung innerhalb von so einer kurzen Zeit. Mal unabhängig davon, dass es dem, was man unter digitaler Souveränität versteht, ja komplett entgegenläuft. Also ja. Da fragt man sich wirklich, wo die Reise hingehen soll, beziehungsweise muss das wirklich sein? Es gibt ja immer noch eine Bundeszentrale für digitale Unabhängigkeit. Ich habe das mal letztens erst geguckt. Also unabhängig davon gibt es ja auch verschiedene Projekte. Also hier bei uns im Land Schleswig-Holstein, da gibt es einmal dieses Projekt Phönix, wo die eben auch weg wollen. Und das eben Schritt für Schritt, also weg von Windows und von Microsoft. Und ich denke, in anderen Bundesländern gilt das auch. Also bei uns läuft das ja über Dataport. Das ist ein, wie heißt es richtig, ein Dienstleister des öffentlichen Rechts. Und der ist ja für verschiedene Bundesländer zuständig. Also das ist theoretisch ein Thema, unabhängig von dem Bundestag, auch schon auf den einzelnen Bundesländern. Aber jetzt so eine Nachricht mit, naja, jetzt haben wir da mal wieder so ein paar Millionen rausgegeben. Und das ist natürlich einmal eine Menge Geld in die Richtung und vor allem, es finanziert ja auch die falsche Richtung dabei. Also eigentlich müsstest du dieses Geld ja eigentlich eher nehmen, in Projekte stecken, sodass du mehr, also dass du da loskommst von, ja, von Microsoft. Ja, also letztendlich ist es ja eigentlich bloß Microsoft, dass du davon loskommst und das Geld in eigene Projekte reinsteckst, damit du da unabhängig bist. Und also insofern ist es ja ein doppelter Verlust. Einmal, du hast Geld für was ausgegeben, was schlecht ist. Und das Geld für die Entwicklung, die du eigentlich machen möchtest, das fehlt denn ja auch an der Stelle. In 209 Millionen, naja gut. Boah, da kann man lange von stricken, ne? Ja, richtig. Und ja, also wie gesagt, die Richtung ist irgendwie komisch. Also was heißt komisch? Die ist eigentlich erschreckend. Weil, ja, auch im Artikel stand Datenabfluss in die USA. Das lässt sich auf lange Sicht gar nicht wirklich vermeiden. Ja. Wenn man sich ein nicht inländisches Unternehmen, ja, die sich die Beinfessel quasi selber anzieht, anzieht, oder anlegt, genau, anlegt. Ähm, ja, also ich finde es halt erschreckend. Also, vor allen Dingen seitdem, dass Limux eingestellt wurde, 2017, wann wurde die Microsoft-Zentrale in München aufgemacht? Auch 2017, oder? Ach, das war jetzt aber, also so reiner Zufall, also da wird es doch überhaupt keinen Zusammenhang geben. Also das würde mich jetzt wundern, wenn in der Politik sowas so läuft. Nein, das kann man nicht sagen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass da irgendeine Kausalität besteht, aber. Ich wollte es nur mal gesagt haben, es ist irgendwie, ähm, ein wenig komisch, sage ich mal. Beziehungsweise, was heißt komisch, es fällt auf. Jetzt ist natürlich die Sache, warum macht, macht die, die, die Bundesregierung sowas? Im Endeffekt können wir ja nicht wirklich gerade de facto was dran ändern, aber wir können ja wenigstens mal Ursachenforschung, Gesellschaftsforschung oder Zeitgeistforschung, je nachdem, wie man es nennen möchte, betreiben. Ist es wirklich Bequemlichkeit? Oder fehlen denen die Fachleute? Oder sind die Fachleute so geeicht, dass sie nur noch Microsoft nehmen? Das gibt es nämlich auch. Also ich würde sagen, es ist da eine Mischung aus den Punkten, die du schon genannt hattest. Also wenn man sich da hin und wieder mal anguckt, was für, ja, Gehälter die öffentliche Hand so ausgeben möchte, da kann man sich schon denken, warum so die Top-Leute sagen, naja gut, ich arbeite lieber woanders. Und bei vielen anderen, also so ein paar Einblicke habe ich da ja auch. Du hast sehr viel Probleme eigentlich mit der Verwaltung dabei, also als Freiberufler oder als kleines mittelständisches Unternehmen kommst du da eben schwer rein, weil das halt so viel Aufwand ist, dass du dir normalerweise sagst, nee, das lohnt sich überhaupt nicht. Das spare ich mir, das spare ich mir, dann mache ich lieber was anderes. Und naja, also das ist eins von diesen Problemen und große Unternehmen, die haben halt ihre speziellen Leute dafür, die sowas können. Und die formulieren auch Verträge, die die Gegenseite nicht wirklich versteht. Also mir hat mal jemand erzählt, der in einem, ach, was sagen wir denn dazu mal, sagen wir mal mittelständisches Unternehmen, was IT-Dienstleistungen anbietet und auch Entwicklung macht alles möglich, also diesen runder Umschlag. Und das, also denen konnte keiner plausibel erklären, was in diesen Verträgen drinsteht, also in so einem Microsoft-Vertrag und was man hinterher damit machen darf. Also von daher stehst du als Nutzer von Microsoft-Produkten immer in so einer verlorenen Position. Und das nutzt Microsoft an einigen Stellen wir auch direkt aus, dass sie dann sagen, nee, übrigens hast du gegen einen Lizenzvertrag verstoßen. Sollen wir das jetzt so machen, dass ihr euch weiter in unsere Richtung begebt oder sollen wir uns mal verklagen? Das hat mir übrigens andere mal erzählt, aus dem universitären Umfeld, wo das so gelaufen ist. Und die Universität hat sich letztendlich dazu in Breitschreien, also hat dann gesagt, na gut, dann führen wir jetzt Exchange ein als Mail-Server, obwohl die eine freie Lösung hatten, die super funktioniert haben. Aber die hatten Angst davor, sich mit Microsoft anzulegen. Und von daher haben sie es dann gemacht. Na gut, dann machen wir jetzt Exchange mit den ganzen Nebenwirkungen und mit den zusätzlichen Lizenzdingern und mit dem Geld, was natürlich da dann fließt und so weiter. Und so wird dort gearbeitet. Und mit der öffentlichen Hand gehen die wahrscheinlich genauso um. Würde mich wundern, wenn es da jetzt anders wäre. Also, es läuft. Das ist immer so eine bittere Pille, ne? Also, die einen nennt es Knebel-Vertrag, die anderen Lizenz. Und dann kommt noch der ganze Rest dazu. Das Problem dabei ist ja, also es gibt, ach, das ist schon länger her, wo er das mal erzählt hatte in einem Vortrag. Also, es gibt einige Spezialisten, die dafür da sind, um dir zu erklären, was in diesen Lizenzverträgen drinsteht und was du damit machen darfst oder eben auch nicht. Und die kommen zu keinem einheitlichen Bild dabei. Also, selbst wenn du dir so einen Spezialisten da hast vorbeikommen lassen, der wird dir irgendwas erzählen. Und du weißt hinterher immer noch genau, also du weißt hinterher noch genauso wenig, wie du dich legal verhalten musst, damit du diesem Vertrag nicht widersprichst oder irgendwelchen Ärger dir damit einfahren kannst. Also, das ist ein großes Problem. Also, diese Angst, die auch so ein bisschen dahinter steht mit, wir wissen es nicht so genau, bitte, bitte, verklagt uns nicht, dann bleiben wir lieber mit dabei. Und, also, das ist so eine Kombination aus verschiedenen Punkten. Also, ich würde sagen, Angst oder Unwissenheit ist einer von den sehr gewichtigen Punkten, um dabei zu bleiben. Also, ja, und irgendwie sowas wie Datenschutz und wie es im Artikel hier heißt, Datenabfluss in die USA. Ich weiß nicht, wie stark man da eigentlich schlafen muss, um das nicht mitgekriegt zu haben. Wir haben jetzt, achso, genau, heute, fünf Jahre ist die DSGVO gültig. Also, wir hatten einen Übergangsfrist davor, aber seit fünf Jahren ist sie halt verpflichtend. Echt? Auf den Tag? Ja, ja, genau. Also, 25.05. Das war noch nicht mal Absicht. Nee, nee, das ist... Das ist interessant. Und, also, aber das wiegt jetzt so nicht so wirklich schwer, dass es da weh genug tut, dass man sich davon jetzt lösen müsste. Also, es ist irgendwie so ein bisschen egal. Und, wie war das denn noch? Welches Land hatte gesagt, ja, Microsoft Office 365 ist in Deutschland oder der EU nicht legal verwendbar? War das Berlin, wo das der Datenschutzbeauftragte gesagt hat? Ich glaube schon. Und irgendwie im anderen Land auch noch. Und irgendwo haben sie so eine Studie auch geheim gehalten. Die ist dann zwar rausgekommen, aber es erfolgt ja überhaupt keine Reaktion da drauf. Also, wenn du es nicht legal betreiben darfst, dann darfst du es überhaupt nicht betreiben. Ganz einfach. Das darf eben nicht. Und vor allem, wenn es um irgendwelche personenbezogenen Daten oder irgendwelche schützenswerten Informationen geht, was über irgendwie einen Einkaufszettel rausgeht, das darf halt nicht sein. Und, also, jetzt komme ich wieder von einem Punkt zum nächsten. Auch in Betrieben, wo es durchaus ein Interesse gibt, dass Informationen nicht nach draußen kommen, die durchaus auch der Geheimhaltung unterliegen. Ja, also, irgendwie tut es nicht weh genug, dass man da einfach die Abkehr macht. Also, da wird dann versucht, ein bisschen dran rumzufrickeln, vielleicht den Datenabfluss so ein bisschen einzudämmen. Aber das ist doch auch keine Strategie dabei. Und wenn es jetzt in die Richtung geht, wie, ich glaube, das kam sogar heute, dass alles komplett in der Cloud sein soll, dass du überhaupt keinen Desktop mehr haben sollst, sondern gläuflos nur im Browser ist, dann sind die Daten ja schon, sowieso ja schon mal woanders. Also, wie sich dieses Arbeiten mit geheimen und schutzwürdigen Informationen, mit dem, das liegt sowieso alles irgendwo anders, verträgt. Also, das tut es ja, also, eigentlich verträgt es sich nicht damit. Aber dass die Leute das wahrscheinlich doch überwiegend mitmachen und dann kommt da wieder sowas, naja, irgendwie, die machen damit schon nichts und, ja, eigentlich ist es Haarsträuben. Also, es passt nicht zusammen. Und, aber, irgendwie, ist das auch schizophren, das Ganze? Naja, nicht nur schizophren, das ist absolut wahnsinnig. Weil, der Witz ist ja, jemand, der in Europa sitzt, hat das europäische Datenschutzrecht. Wenn dann sogar derjenige dann noch in Deutschland sitzt, hat er ja noch den deutschen Datenschutz zu beachten. Wenn jetzt aber ein Datenabfluss nach der USA passiert, Richtung Microsoft, was gilt in den USA, dieser Patriot Act. Wenn der Staat da ran will, muss der Staat da rankommen. Wenn jetzt aber ein Mitarbeiter von Microsoft in München das Ganze aushändigen soll, kann der sagen, das tut mir leid. Hier sind unsere Gesetze anders. Der kann nie wieder in den USA, weil der direkt am Flughafen weggesperrt wird. So wahnsinnig ist es ja noch, an Absurdum zu führen. Das ist ja dieser Patriot Act oder Patriot Shield. Wie gilt das? Also, selbst das ist nicht geregelt. Oder was, dieser Cloud Act? Cloud Act? Nein, also Patriot Act ist, glaube ich, das ganz oberste staatliche Möglichkeit. Und ich glaube, Cloud Act könnte sein, dass das quasi dann für diese Cloud Instanzen ist. Ah, der Chat ist auch da. Frankreich hat Microsoft Office auf den öffentlichen Verwaltungsverband. Und soweit der Marco das weiß. Ich glaube, auch gehört Frankreich oder relativ viele sogar. Also nicht nur Frankreich. Also einige Länder sind wirklich schlauer, aber nicht nur was das angeht, sondern auch bei vielen anderen Themen. Also das kann, obwohl Frankreich hatte doch auch Matrix eingeführt für Polizei auf jeden Fall. Aber ich glaube, für viele andere Sachen auch. Weil sie unabhängig sein wollten von, keine Ahnung, was sie vorher hatten, vielleicht WhatsApp oder so. Weil es dieses Schutzbedürfnis dafür einfach gibt. Das hat da nichts drin zu suchen. Ganz einfach. Ja, aber andere machen es irgendwie schlauer. Und wir hängen immer so gefühlte 20 Jahre hinterher. Habe ich so langsam, aber sicher das Gefühl, weil wer um den 2000er noch Kupfer in der Erde schmeißt und das sogar noch mit Supervectoring subventioniert. Boah, das hat damals schon wehgetan. Tja, kann man ja irgendwann nochmal wieder schürfen. Ja, irgendwann ist das ordentlich was wert. Also dann siehst du wirklich so Nacht- und Nebelbanden, die das schön... Bei den Kupferpreisen, ja, wer weiß. Ausbuddeln und dann rausziehen aus der Erde. Ja, und der Wolf hat wieder 20 Cent in die Nix-Kasse. In Nix sind eure Daten sicher. Hast du keine Daten, hast du nichts zu schützen. Da sind wir wieder bei der letzten Folge. Aber ja, also sollte doch eigentlich jeder irgendwo sich zumindest mal die Frage stellen, was der Quatsch soll. Ja, also ich glaube, es hat keiner wirklich einen Plan dabei oder also das, was ich so aus dem öffentlichen Dienst mitgekriegt habe, ist, dass jeder so sein eigenes Süppchen rührt. Und je nachdem, wen du denn da als Vorgesetzten hast, kann die Entscheidung so und so fallen und diese Befehlskette wird von oben nach unten durchgegeben. Und da werden Entscheidungen getroffen oder vielmehr auch Nicht-Entscheidungen getroffen, weil jeder, also jeder hat auch schon irgendwie so ein bisschen Angst da drum. Also bloß nicht auffallen, das könnte irgendwie nach hinten losgehen, mein Topf mit meinem Geld, da kommt jetzt keiner ran und all sowas. Also das ist auch so ein Arbeitsumfeld, wo es sehr schwierig ist, da zu sagen, so, wir haben wirklich dieses Problem. Wir müssen da jetzt mal was tun. Wir müssen auch mal Geld in die Hand nehmen. Wir müssen noch mal ein paar Leute einstellen. Wir sind eigentlich unterbesetzt dafür. Also ich kenne das von anderen Projekten, was das da angeht. Es sind einfach zu wenig Leute, wo, naja, also wo du sagst, wenn wir jetzt dreifach so viel hätten, dann ist es realistisch, dieses Projekt umzusetzen. Aber die gibt es natürlich nicht. Also zum einen ist die Bezahlung so schlecht, dass diese Stellen nicht besetzt werden. Und zum anderen, diese Stellen gibt es auch zum Teil gar nicht. Also der Bedarf wird so nicht gesehen, dass man da mal ordentlich ein bisschen was reinbuttern müsste. Das ist einfach nicht da. Ja, und diejenigen, die eigentlich was machen möchten, die sind komplett, vielleicht so ein bisschen zwischen allen Stühlen auch, dass sie eigentlich was machen möchten, aber dann diesen ganzen Verwaltungsaufwand dahinter haben, dann zwischen Politik auch sitzen, weil da jeder auch so sein Dings machen möchte. Und also das ist so ein richtiges Minenfeld, was ich als Externer so da mitkriege. Das klingt alles immer relativ furchtbar. Und also so kann das nichts werden. Also das geht so nicht. Das ist aber auch eine sehr schöne Metapher. Das Minenfeld jetzt? Ja, ja. Du weißt, dass du auf gefährlichem Grund bist. Am besten nicht bewegen. Ja, wirklich so, ne? Pass auf. Jeder Schritt könnte der letzte sein. Dann wirst du irgendwo hin versetzt, wo du vielleicht gar nicht mehr sein möchtest. Von daher halt lieber den Mund und mach das mit, was alle machen. Weil die eben auch das machen, was sie immer machen, damit sie nicht auffallen. Und da hast du diesen Herdentrieb, also diese Feigeid-Probleme wirklich anzugehen. Ja. Noch mit dem Marco aus dem Chat aufzugreifen. In einer idealen Welt sollte der deutsche Staat einem Konzern wie Microsoft die Vorgaben machen und nicht andersherum. Ja, leider Gottes in einer idealen Welt, in der wir leider nicht leben. Nee. Und der deutsche Staat ist nicht in der Lage abzuschätzen, wenn wir gar nicht so den die Vorgaben machen dürfen, warum trennen wir uns da nicht von jemandem und nehmen das in die eigene Hand? Das ist halt, weiß ich nicht, also es gibt so viele Ansatzmöglichkeiten, sich wirklich unabhängig zu machen. Sogar viele mittelständische Unternehmen wollen genau das. Die wollen eine Unabhängigkeit. Die versuchen das auch in jeden Aspekt ihrer, ich sag mal, IT mitunter einfließen zu lassen. Und Microsoft, also die gehen auf Menschenfang oder Lizenzfang, kann man es ja vielleicht sogar nennen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Noch in der Corona-Zeit zum Beispiel war Microsoft Teams kostenlos. Die Übergangszeit ist vorbei und jetzt halten die da die Hand auf. Und ganz viele sagen sich, boah, ist eine Alternative, haben wir nicht. Wir bezahlen diesmal das Jahr das Geld und dann gucken wir mal. Und dann ist das Jahr ganz schnell rum, dann hat man nicht geguckt und dann steht man wieder da. Dann bezahlt man wieder Geld. Tja, also der Heinrich arbeitet wohl auch in dem Minenfeld. Ja. Tja. Ja, also was sagt man da? Beileid? Komm der Heil wieder raus oder bewegt dich nicht so weit vor, wenn du da noch ein bisschen länger drinsteigen möchtest? Technisch sind die im Kopf in vielen Bereichen noch 30 Jahre zurück. Ja, gefühlt auf jeden Fall. Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, aber. Nicht mal in den Verwaltungen. Also gefühlt bin ich da bei der Regierung schon. Also wie Mama Merkel schon gesagt hat, das Internet ist Neuland. Und das irgendwie, weiß ich nicht, wir wollen irgendwie nicht. Wir sind immer in der Zeit hinterher und lassen da sämtliche Anschlüsse. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass andere Länder uns da eiskalt überholen, bis es zu spät ist. Bis es wirklich zu spät ist. Und da muss ich sagen, also das Thema, was wir eigentlich anschneiden oder diese Artikel, ist das schon eigentlich ein ziemlich eindeutiges Warnsignal, wenn man mal hinter die Kulissen guckt. Aber diese Entwicklung, die hat es ja auch schon gegeben. Das Auswärtige Amt, das hatte Linux und dann kam die FDP. FDP mit CDU, denke ich mal. Da kann man jetzt grob einordnen, wann das wohl gewesen ist. Weißt du, hast du völlig aus dem Kopf? Leider nicht, aber ich kenne den Vorfall oder ich kenne das Ding, aber... Also die haben den Schwenk eben auch gemacht, was ja eigentlich total dumm ist. Also gerade was jetzt Sicherheit angeht. Und dann wird auf anderer Seite wieder versucht, das so ein bisschen einzufangen. Und eigentlich, das ist ja... Also du holst dir ja quasi den Feind nach Hause. Da du ihm aber nicht traust, musst du ihn irgendwie in so ein Gefängnis reinstecken und hoffst, dass er da nicht ausbricht. Also dieses Vorgehen an sich ist doch total dämlich. Ich würde auch versuchen, mir möglichst wenig in meine Firma reinzuholen, womit ich potenziell Probleme habe. Dann muss ich auch weniger dagegen tun, um das Risiko wieder zu verringern. Also das macht doch bloß zu viel Arbeit irgendwie. Ja, ist es auch. Aber es genügend Alternativen. Also ich verstehe es immer nicht, warum man... Das ist auch so ein bisschen so diese Mentalität des Deutschen. Lieber keine Veränderung, weil das hat ja sonst immer alles gut funktioniert. Irgendwann reicht das nicht mehr aus und ist dann nicht mehr das Beste. Also gerade IT-technisch weiß ich nicht. Gerade nochmal dieses Beispiel von Microsoft Teams. Es gibt doch genügend Alternativen. Ob man jetzt hier Nextcloud Talk nimmt oder Jitsi oder BigBlueButton. Das sind schon mal drei große Sachen, die alle Open Source sind, die vielleicht sogar schon Firmen haben, wenn die eine Nextcloud haben. Also wenn sie nicht Google Drive benutzen wollen, ist dann immer so die Frage. Das meiste ist ja schon da, aber es ist halt wirklich, wie du vorher schon angesetzt hast, zu wenig Leute da, die das umsetzen können. Oder vielleicht sogar zu wenig Know-how. Also schwierig. Also dass man sowas nicht mal einfach aus... Auf die Schnelle gewuppt kriegt, ist klar. Aber ist die Alternative dann, Geld in die Hand zu nehmen, das jemand anders zu geben und dann nochmal komplett auf Souveränität zu verzichten oder Souveränität im Allgemeinen zu verzichten, das ist nicht die beste Lösung. Also letztens hat ein Bekannter angerufen, seine Geschäftsführer sind da so ein bisschen... Die sind auf dem Tritt wie China. Tun sich nicht von jemandem abhängig machen. Aus bewussten Stücken. Und das ist, denke ich mal, auch... Ja, also das ist eigentlich der Weg, wo wir hin müssen. Also was heißt hin müssen? Da hätten wir schon vor fünf Jahren sein sollen. Ja, wohl wahr, ja. Ja, hätte, ne? Ja, wäre gut gewesen. Dann wäre es jetzt natürlich auch deutlich günstiger gewesen. Und ja, denn andererseits sind Microsoft-Kunden oder Zwangsnutzer ja relativ, wie soll man das sagen, leidensfähig. Also egal, was du denen vorsetzt. Das gab zwar einen Aufschrei, als sie da diese Menüs durch diese Ribbons da ersetzt haben. Ja gut, hat Microsoft natürlich nicht gekümmert. Das ist jetzt so. Ihr nehmt das jetzt. Das haben sie geschluckt. Die haben auch die Umstellung von Windows 7 auf 8 geschluckt mit den Kacheln da und all diese ganzen Sachen da. Es kommt ja nicht drauf an. Also das Produkt kann gar nicht so abschreckend sein, sodass die Nutzer sich davon wirklich komplett lösen. Einfach aus Ekel oder so. Das sieht jetzt so aus, das will ich nicht mehr anfassen. Also so weit geht es dann irgendwie nicht. Aber wenn du denen was anderes vorsetzt, was nicht so aussieht wie das, was es vorher war. Nee, damit können wir jetzt ja nun nicht. Aber wenn Microsoft als nächstes kommt und irgendwas mit Kreisen macht, also alles sind nur noch Kreise oder so. Wenn die sagen, ja, ist ja irgendwie scheiße, aber machen wir jetzt. Du musst dir ja nur die Versionsunterschiede zwischen den ganzen Word-Editionen oder Outlook-Editionen angucken. Das waren da auch manchmal, also manche Designentscheidungen, die mehr als fraglich waren. Aber die Leute haben es geschluckt, weil das nun mal das E-Mail-Programm ist oder das Schreibprogramm oder da, wo die Tabelle entsteht, Programm. Und dann schluckt das die Leute. Weil es hat jeder, theoretisch sitzen sie alle da im selben Boot und das war schon immer so, dass jedes Jahr sich umgewohnt, nicht jedes Jahr, jede Version sich umgewöhnt werden musste. Ja, finde ich, finde ich aber, ist echt nicht der richtige Weg und das hast du schon richtig erkannt. Da haben es die Leute geschluckt, ohne weiteres. Aber so wirklich zu sagen, wir gehen weg von Microsoft, wir machen was ganz anderes. Oh nee, was ganz anderes mögen wir nicht. Wenn mir Microsoft was ganz anderes vorsitzt, dann ist das okay. Aber was ganz was anderes. Das ist irgendwie makaber, also wirklich makaber. Man muss es so sagen. Ja, so funktioniert es leider. Und mal kurz nebenbei, ich habe Windows 8 geliebt, weil es was anderes war vom Bedienkonzept her. Ich fand das cool. Jeder hat drüber geschimpft, ich fand es cool, weil es mal was anderes war. Hat auch funktioniert. Nee, hat auch funktioniert, wie gesagt, also hat mir den Einstieg in Gnome erleichtert. Da hast du ja auch diesen harten Cut drin, sag ich mal. Wenn du da diese Applikationsübersicht aufrufst. Ja, okay, ja, stimmt. Ja, stimmt, stimmt, der Wolfer. Ja, es geht ja auch weiter Richtung Closed-Dateiformate. Wenn du mal was in Dort geschrieben hast, das musst du irgendwie migrieren. Uh, uh, da ist ja schon wieder die Abhängigkeit da. Das stimmt. Da hat mir wieder ein ganz großes Upsi passiert. Ja, und da tun sie wieder aus Zwang, denke ich mal, weil der Umstieg wäre so extrem, kann ich mir vorstellen zumindest, aber wenn man das mal in Relationen abwägt, die Freiheit muss ein Mehrwert sein, als der Aufwand, der dahinter steckt, dahin zu kommen. Also, wie heißt, wie ist es doch so ein Freiheitskämpfer, der rechnet damit, dass er für die Freiheit im schlimmsten Fall drauf geht? Also, das wäre jetzt ein extremes Beispiel, aber es kostet nun mal Mühe, Zeit, Blut, Schweiß und Tränen. Aber es muss doch klappen, also, weiß ich nicht. Also, da sollte auch jeder, der irgendwo die Möglichkeit hat, in der Firma oder irgendwo, sogar in der Verwaltung, wie ist der, war es der Heinrich? Ich glaube, der Heinrich war es. Mit, mit, ja. Der in dem Mietfeld arbeitet. Genau, wenn da der Heinrich Mitspracherecht hat, da muss jeder mal ein bisschen irgendwo die, die Ordnungsschellen verteilen und mal die Leute wachrütteln, sag ich mal. Also, man muss es zumindest mal kritisch hinterfragen. Ja. Ich sage ja jetzt nicht, dass es nicht funktionieren wird. In keinster Weise, das wird sehr gut funktionieren, wenn man komplett drauf verzichtet, wo so seine Daten sind und, ja. Ja. Wenn man in die Abhängigkeit möchte. Ja. Also, viele nehmen das wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr, also, die nehmen das auch gar nicht wahr. Und, das habe ich in einem anderen Zusammenhang bestimmt auch schon mal erzählt, von einem Sicherheitsbeauftragten eines Unternehmens, was durchaus mit Geheimsachen operiert, der sah schon das Problem mit Microsoft-Produkten. Ja, dass da Daten abwandern und so, das ist alles ganz schwierig. Da müsste man ja eigentlich irgendwie von weg. Wie ist denn das jetzt mit Apple-Produkten? Hast du mal auf die Lernkarte geguckt, zu welchem Land dieses Apple gehört und unter welcher Gesetzgebung dort gearbeitet wird? Also, meinst du wirklich, dass das insgesamt euch weiterhilft? Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber, hm. Ja. Ein Haus weiter als Microsoft. Das ist ja wohl nicht aufgepasst. Und die Gesetzgebung ist nun mal leider dieselbe, also, die wir da vorhin schon hatten. Ja, also, wenn der Staat sagt, gibt die Daten her, dann, ja, müssen die Daten auch rausgeben. Und dass die USA hin und wieder doch ganz gerne mal neugierig ist, wenn es um, ja, geheime Informationen geht, um die eigene Wirtschaft so ein bisschen zu pushen, Das, denke ich, wissen wir noch, also, vielleicht Airbus und Boeing, da sind so ein paar Sachen gelaufen und Boeing hat hinterher so einen ganz tollen Auftrag gekriegt, weil die besser verhandeln konnten. Also, die wussten quasi, was Airbus da anbieten wird und konnten deswegen ein besseres Angebot machen, weil sie die Informationen hatten. Irgendwie sind die da hingekommen an die richtige Stelle. Ja, sowas kommt hin und wieder mal vor. Schwierig, schwierig. Oder ein Schelm, der Böses denkt. Ja, nein, die wollen natürlich nur das Beste. Alle wollen nur das Beste, nämlich eure Daten. Tja, also, es ist insgesamt schwierig, so als über, also, wenn du jetzt wirklich das machen wolltest, würdest, das ist halt wahnsinnig schwierig, weil man an vielen Stellen was tun müsste. Also, einmal hier die Bereitschaft erhöhen, nicht bloß von oben runter. Also, wenn ich jetzt sage, die Politik im Moment hat eigentlich das Grundlegende, den grundlegenden Willen, sich dahin zu bewegen. Ist das noch so, also, am Anfang hätte ich gesagt, naja, der Wille ist schon irgendwie da, aber ob sie es, ob sie es wirklich durchdacht haben, würde ich sagen, eher nein. Und da kommt halt von oben nicht genug Konkretes, sodass sich das auch auf die Leute, die sich wirklich mit dem Problem beschäftigen sollen, irgendwie so auswirkt, dass die eigentlich keine großartige Wahl mehr haben. Denn bei uns in Schleswig-Holstein, da sind sie wohl, oder? Wie war das? Waren die vor der letzten Wahl eigentlich weiter als jetzt, dass sie jetzt eher bloß noch seine Empfehlung Richtung Open Source haben? Das mag sein. Keine Ahnung. Ist jemand von, äh, aus Schleswig-Holstein gerade gedacht, der es besser im Kopf hat? Jemand aus der Regierung zufällig? Oder so, ja, genau. Also, jemand, der da die Dinger unterschreibt, was stand da nochmal genau drin? Also, ich glaube, es ist schlechter geworden, was das angeht. Gerade für solche Projekte wie dieses Projekt Phoenix, wo man eigentlich in eine andere Richtung möchte und den Linux-Arbeitsplatz und sowas. Ähm, das wird halt schwieriger als einfacher, obwohl es ja eigentlich weiterhin ein drängendes Problem ist. Also, wird interessanter zu gucken, wie da jetzt die Entwicklung ist. Und ich hoffe, dass im September bei unseren Kieler Open Source und Linux Tagen da wieder ein bisschen was kommt, dass wir da mal wieder einen Einblick gewinnen, dass jemand da vielleicht wieder einen Vortrag zuhält, wie da jetzt der Stand ist, wo es vielleicht auch gut läuft, wo es nicht so gut läuft und sowas. Aber das müssen wir dann mal sehen. Das ist teilweise auch, also, es wird auch nicht so wirklich, ähm, wie sagen wir es, äh, promoted oder so, wie weit das da ist. Also, da läuft vieles hoffentlich auch im Verborgenen. Und die, ähm, äh, also, ist ja nicht so wie so ein Unternehmen, was jetzt versucht, äh, sich besonders gut darzustellen und sagt, so, wir haben jetzt das und das alles geschafft. Wir machen das jetzt günstiger, besser. Wir sind, äh, unabhängig davon. Es fließen keine Daten mehr in die Richtung, die wir nicht wollen und sowas alles. Das kommt ja relativ wenig da. Also, von daher ist es auch so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, wie der aktuelle Stand gerade ist. Also, von daher hoffe ich, dass im September da wirklich was kommt und dass wir dann wieder ein bisschen schlauer sind, was da läuft. Da wäre so ein Update echt mal ganz interessant. Ja. Aber ein Haus wird nun mal, äh, durchs Fundament gestützt. Also, das Einzige, wo, wo ich wirklich einen Ansatzpunkt, äh, sehe, ist wirklich, ähm, da die, ähm, die Bereitschaft, die auch, aber auch, ähm, die Affinität, Affinität ist auch Quatsch. Jetzt fehlt mir das Wort. Sowas wie Kompetenz? Nee, 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 ähm, Aufgeschlossenheit eben für andere Sachen. Die muss halt von uns allen ausgehen. Also, mindestens die, dieses Linde-Akzeptieren darf eigentlich, das darf eigentlich nicht sein. Also, ich möchte ungern, ähm, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich möchte ungern Steuergelder, ähm, ins Ausland verschieben, die uns im Endeffekt nichts bringen. Außer eben so ein bisschen, dass da mal ein Betriebssystem existieren darf, oder Strom verbrauchen darf. Dafür haben wir aber ein Problem, wo, wo die Daten hingehen. Wir sind da quasi unter Zwang, was uns Microsoft dort auftischt, oder eben Apple, wenn es da irgendwo was gibt. Und ich akzeptiere das nicht, weil es Alternativen gibt. Und das sage ich jedem, den, 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 den ich kenne, der mich fragt. Es gibt Alternativen. Natürlich sind diese Alternativen definitiv nicht so etabliert. Das ist ja eben das Problem, dass die nicht etabliert sind. Ähm, dadurch kennt es kaum einer. Aber da, wo es schon seit Ewigkeiten gut läuft, die sprechen nicht drüber, weil das läuft gut. Warum auch? Die sind froh, dass sie nicht mehr irgendwie an Microsoft dieses, äh, äh, man möchte es ja schon fast Schutzgeld, ähm, nennen, äh, abdrücken müssen für ihre Lizenzen. Was dann auch kein Schutzgeld ist. Aber wehe, die Microsoft-Prüfung kommt mal. Ähm, dann wird es wieder schwierig. Ähm, ja. Also, das beste Beispiel ist doch auch, ähm, Jean's Linux-Arbeitsplatz. Der hat sich ein komplettes Konzept ausgedacht, wie das funktionieren kann. Und das ist halt wirklich nur eine Sache. Es muss eingerichtet werden. Es muss benutzt werden. Es muss ein bisschen, ja, sich dran gewöhnt werden. Und dann läuft das Ding. Und man hat die Hoheit über seine Daten. Man hat jederzeit die Möglichkeit, dort einzelne Insellösungen auszutauschen, wenn einem nichts gefällt. Man hat die Möglichkeit, dort Veränderungen zu machen, Verbesserungen. Und dann, dann ist doch das Ding eigentlich, das sollte doch keine Überlegung, äh, wert sein, dann in Relation dort Geld an Microsoft abzudrücken. Nicht, also wie gesagt, nichts gegen Microsoft. Das mag funktionieren. Was mich halt stört, ist, dass wir viel Geld ausgeben für etwas, wo man keinen Mehrwert hat. Im Gegenteil, man verliert sogar noch was. Und zwar die Souveränität und die Freiheit über seine Daten. Und das ist halt so eine Sache, da kann nur jeder von uns für sich selbst entscheiden. Und wenn er die Möglichkeit hat, irgendjemanden, der höhere Entscheidungsgewalt hat, den darüber aufzuklären. Er geht in meinen Augen gerade nicht. Und das müssten wir sogar relativ energisch und laut machen, weil wir sind eh schon zeitlich hinterher. Ja. Also, ähm, als du sagtest, der, ähm, äh, da diese, was ist das Ding, das von Jean, diese, diese Büroumgebung, dieses Komplettpaket, ne? War das nicht der Linux-Arbeitsplatz? Linux-Arbeitsplatz. Ähm, als er mir das das erste Mal erzählt hat, da dachte ich, naja, das ist ein uralter Hut. Ähm, da der Airpos, äh, Behörden-Desktop, das war vom BSI bis, äh, 2006 aktives Projekt, äh, oder, äh, was mit, äh, der Firma Kreativ damals, äh, zusammen gemacht wurde, worum es genau um diesen Themenkreis ging. Also, da haben, äh, da wollten sie wirklich umstellen. Und, ähm, das war so ein Pilotprojekt, wo sie denn, äh, ja, also so ein System zusammengestellt haben, eben so ein Desktop. Damals war denn noch hier, äh, Open Office dabei, KDE 3.3.2. Man brauchte, ähm, für die erste Version ein, äh, 4.86er, äh, mindestens. Mindestens 128 MB Arbeitsspeicher, äh, Maustastatur, CD-ROM. Und dann gab's noch eine Version 4 davon, die dann schon verschlüsselt war und, äh, ein paar andere Dinge noch mit dazu hatte. Also, damals war man, äh, eigentlich auf einem guten Weg. So, was ist denn dann passiert? 2006, wie sah denn da die politische Landschaft aus? Anders. Wie sah anders aus? Da sah es anders aus. Da müsste man mal so einen Zeitstrahl haben, wer jetzt gerade, ähm, in, äh, zu diesen, ähm, ähm, äh, Jahren an der Macht saß. Denn 2008 wurde das Ganze vom BSI für veraltet erklärt und eingestellt. 2008 wurde da was Neues gewählt? Mal gucken. Du fragst mich jetzt Fragen. Ja. Also, es gibt, äh, also, es gibt halt mal diese Zusammenhänge, ne? Also, das, was die einen irgendwie gerade gut fanden, fanden die anderen irgendwie blöd. 2008, äh, 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 neun. Also, neun, oder? Moment. Ach, wer kann sowas denn schneller? 2009, CDU, FDP. Unser Chat kann da schneller. Der Chat kann da schneller. Und wer hat gewonnen? Twitch sogar. Sehr gut, ja. Also, mh, das könnte eventuell damit zusammenhängen. Dass es da keinen, äh, politischen Willen mehr für, äh, für gab. Und dann wird sowas denn als veraltet, deklariert und eingestellt. Mhm. Aber, mh, ja. Geht bei mir in den Kopf nicht rein. Gerade wenn man mal, ähm, ähm, bedenkt, was wir eigentlich schon durch, durch, durch solche, ja, man muss es ja wirklich sagen, Fehlentscheidungen oder Fehlentwicklungen abgegeben haben. Wir selber, was können wir denn alles nicht mehr in der IT-Welt? Also, wir konnten eh noch nie Speicher, äh, Chips herstellen. Wir konnten aber mal Prozessoren herstellen. Das haben wir dann irgendwann eingestellt und abgegeben. Ähm, Ja, und wenn wir, wenn wir sowas einfach abgeben, dann, dann, dann ersticken wir doch, äh, aufstrebende Sachen im Keim. Also, wie lange wird sich so ein Projekt wie Nextcloud noch halten? Also, er, nicht, nicht, dass es dazu käme, aber ich find's immer schade. Eigentlich müsste die Regierung sich sagen, hier, Nextcloud, Owncloud und und, wie sie alle heißen, kriegen wir da nicht irgendwie was für uns hin? Das ist, Stimmt, ja. Ja, also, das wäre eigentlich die für mich logische Herangehensweise, aber ich bin jetzt auch kein Politiker. Ich weiß nicht, oder ich, 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 ich weiß nicht, wie der Regierungsapparat funktioniert. Das ist besser, wenn du nicht, nicht genau hinschust, denn du wirst da, ähm, sehr schnell, äh, depressiv bei sowas. Befreundeter Politiker, meinte mal, von der Piratenpartei, ähm, es ist eigentlich vollkommen egal, äh, ob du fachlich irgendwas gut vorträgst, also, ob, äh, also mit Argumenten, mit sinnvollen Argumenten kriegst du keinen, äh, wirklich überzeugt, also, das meinte er bei seinen Kollegen drumherum. Das spielt nicht so viel, also, das verstehen die sowieso nicht so ungefähr. Man müsste das aber relativ forsch vortragen, da springen sie drauf an. Und das, ähm, also, soweit ich die Politik, ähm, mitgekriegt habe, ist da eine Menge dran. Und, ähm, das sind ja insofern keine kompetenten Leute. Also, die haben zwar ihr kleines, kleines Feld, wo sie sich auskennen und wohlfühlen, aber sobald die denn daraus, äh, daraus gehen, da stehen sie relativ hilflos dann auch davor und lassen sich relativ einfach beschwatzen. Und wenn da jetzt jemand ankommt, der sagt hier, wie, äh, Microsoft und so ist gut, ähm, das haben wir schon immer so gemacht und, äh, das ist auch total sicher. Und nein, natürlich fließen da keine Daten ab, irgendwie sowas, dann sind die auch beruhigt. Und dann sagen die, oh, gut, machen wir das so. Also, ich glaube, ich glaube sogar, dass diese Affinität zu Lizenzkosten, beziehungsweise zu, wir kaufen das bei Microsoft, weil Microsoft ist sicher, dass die dann ernsthaft noch glauben, falls mal was passiert, sagen zu können, nee, 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 das, 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 äh, war ja Microsoft, die unsicher waren, nicht wir. Dass sie immer noch den schwarzen Peter irgendwo hinschieben können. Das Problem bleibt bestehen, aber, äh, jemand anders ist schuld. Wo der andere sich sagt, juckt mich jetzt nicht. Wir sind, äh, nächsten Woche ist Lizenzverlängerung, wie sieht's denn da aus? So als Gegenargument. Sonst machen wir alles, alles dunkel. Naja. Also, also, wie gesagt, weiß ich nicht. Also, ist es wirklich so ein bisschen so gefühlt, die Angst, die da ist vor Veränderung? Und so ein bisschen, weil nicht, ich will jetzt nicht Faulheit sagen, oder, oder, Ignoranz ist es auch nicht so direkt, aber irgendwie hat alles so ein bisschen so ein Beigeschmack. Gut, wir können vielleicht davon reden, weil wir machen es ja anders. Das ist ja so, aber auf uns hat keiner. Also, ich kann es auch nachvollziehen. Also, gerade unter diesem Gesichtspunkt, ähm, äh, also, wenn ich jetzt in diesem System drinnen bin, in diesem öffentlichen Verwaltungssystem, ähm, möchte ich mich ja eigentlich relativ unauffällig verhalten. ich möchte nirgends veranecken und, äh, von daher schwimme ich eher mit dem Strom mit. Und wenn das jetzt nun nicht wirklich das Thema ist, was, was mich brennend interessiert, wo ich, wo ich wirklich, also, wo es mir so wehtut, dass ich da wirklich was verändern möchte, da tue ich das auch nicht. Und das tun halt viele von denen überhaupt nicht. Äh, von daher, ähm, ist, ist es halt schwierig. Also, dieses System, was wir da haben, von Verwaltung, von Entscheidungsfindung, von diesen, äh, mein Topf, dein Topf und dieses Ganze da, ähm, das System ist in sich sehr stabil und es, äh, befördert exakt diese Situation. Also, man müsste eigentlich grundlegend dieses Verwaltungssystem irgendwie abändern, damit man überhaupt in eine andere Richtung gehen kann. Denn, das ist Minenfeld, das ist irgendwie ein Sumpf, wo du drin hängen bleibst oder wo du denn in die Luft fliegst. Also, das, das ist schwierig. Also, es ist kein Arbeitsumfeld, wo du, ähm, äh, zum einen kreativ irgendwas machen kannst oder irgendwie mal was anders machen kannst. Von daher ist es, es ist so ein, äh, also, wie irgendjemand schon schrieb, da, dieser Herdentrieb, da ist da natürlich besonders stark. Und, also, von daher ist das extrem schwierig, da was zu machen. Und ich kenne ja ein paar Leute, die, äh, das dort versuchen und die reiben sich auch, ähm, damit, äh, damit ziemlich auf, was das angeht. Also, die laufen ständig gegen, äh, äh, quasi gegen Windmühlen, müssen immer dasselbe wieder, wieder erzählen oder wenn es um Datenschutz geht. Ähm, das hat ja nicht, nicht unbedingt jetzt, äh, nur was mit Microsoft, Linux und sonst was zu tun. Also, ähm, das, das ist ein großartiges Problem. Also, aus so einem Schulprojekt, ähm, da muss der arme Mann ständig wieder erklären, ja, es sind aber nur schützenswerte, äh, Informationen. Also, wir, wir hantieren hier mit den Daten von Minderjährigen. Die sind vielleicht nochmal ein bisschen wertvoller als die, ähm, die Daten von einem Erwachsenen, der jetzt irgendeinem Lizenzvertrag zustimmt, den er nicht verstanden hat. Äh, da müssen, da müssen wir ganz anders vorgehen. Und dann, äh, kommen von allen möglichen Ecken Anforderungen auf ihn. Ja, äh, wir wollen das jetzt so machen, hier freies WLAN für alle. Und übrigens, äh, da die ist mit dem Datenschutz, das muss weg sein. Die Verwaltungsdaten, die brauchen wir überall. Und, und all solche Sachen kommen da. Das ist überhaupt durch den Datenschutz nicht gedeckt. Und damit, ähm, äh, ja, kann man sich, äh, ja, ich weiß, also, einige Leute können sowas relativ lange durchhalten, aber irgendwann gibst du auch wirklich auf. Ja. Wenn du ständig wieder dieselben Kämpfe führen musst, immer wieder denselben Mist machst, dich eigentlich überhaupt nicht da fort, fortbewegen kannst. Und, ja, eigentlich Dinge, die selbstverständlich sind, eigentlich ständig wieder neu erklären musst, die Leute immer wieder einfangen, nein, das, was ihr da vorhabt, das, das geht so nicht. Das geht aus verschiedenen Gründen nicht. Das ist nicht mal legal, was ihr da möchtet. Das, das kann man so nicht machen. Und, äh, so, so verheizt du die Leute. Und, ähm, entweder die geben nachher auf, suchen sich irgendwie einen besser bezahlteren Job, zum Beispiel. Oder die machen diese geistige, äh, oder diese, diese interne Kündigung, ne, also, ja, mach ich noch Dienst nach Vorschrift, mach doch, was ihr wollt. Ich mach irgendwie was so, dass ihr mich nicht rausschmeißt. Aber, äh, ich bin jetzt verbrannt. Jetzt ist Ende. Mhm. Oder? Das ist halt das Kritische. Und da muss ich auch sagen, dass, das haben wir, also, zumindest gefühlt mit, äh, Leuten, mit denen ich so, äh, ähm, mich austausche, auch ziemlich oft sogar. Und, das ist sogar nicht nur in Verwaltung so, sondern auch ganz viel in anderen Betrieben und auch in, in der IT-Branche. Es gibt Leute, die wirklich an diesem Kampf gegen Windmühlen scheitern. Ja. Wobei wir den ja auch kämpfen, also, ich zumindest, also, ich, äh, rede regelmäßig meinen Kollegen nochmal was vor und eigentlich ist da schon so ein Bartranne an der Geschichte, aber es ist halt manchmal so. Manchmal fällt es halt raus aus dem Gedächtnis. Das, da darf man sich zumindest nicht in Gänze demotivieren lassen. Das ist halt so. Aber wenn du dich das, dir das dann so vorstellst in so einer Stadtverwaltung und da sitzen da relativ viele, ähm, eingesessene, ähm, Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen, ähm, die wollen nichts Neues. Die finden ja schon die neue Excel-Version scheiße, wenn du es mal so sagst, dass man jetzt da anders hinklicken muss, nur damit er die, die ganze Spalte addiert. Das ist doch quasi, und, und da wird dir doch schon massiv viel an, äh, Energie geraubt. Ja, aber das ist halt wirklich, das ist so ein, das ist so ein Ding in der IT-Software, da ist es wirklich, ähm, ich sag mal, sogar noch ein bisschen extremer als alles andere, also das ist so ein richtig schönes Thema, auf dem man, an dem man sich aufhängen könnte, wenn du es jetzt, jetzt böse denken würdest, aber mach mal nicht. Also, oder, ähm, also wir sind hier quasi in dieser, äh, IT-Blase drin, aber ein Kollege von mir, der, ähm, arbeitet im Finanzamt, und, ähm, die, die, äh, also die Dinge, die er von da so erzählt, äh, die sind relativ ähnlich, die haben natürlich auch mit IT zu tun, also es ist für die, also ein Computer ist halt ein Arbeitswerkzeug für die, und für einige wirklich bloß Werkzeug, was auch überhaupt nicht verstanden wird, und, ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, da wurden, äh, Formulare, die überhaupt nicht mehr gültig sind, von, ähm, 1900 irgendwas, auf dem Fotokopierer geklatscht, die haben dann das 19 durchgestrichen, 20 drüber, dann, äh, ergänzt, mit welches Jahr wir gerade haben, und dann wurde das so gemacht, weil es einige Vorgänge gab, die sie nicht verstanden haben, oder was anderes, ähm, wo ich mir auch dachte, dass, äh, das, das kann doch eigentlich nicht angehen, eine Kollegin von ihm, die, ähm, äh, kam dann panisch zu ihm und sagte, ja, kannst du mir mal helfen, äh, ich hab ein Problem, und das Problem war, sie hatte irgendwie blöderweise das Fenster, diese Eingabemaske, verschoben, sodass sie damit nicht mehr zurecht kam, und, ähm, ähm, äh, also diese Grundlagen, wie gehe ich ganz grundlegend mit so einem Computer um, die, ähm, die fehlen da halt komplett, und, äh, solche Mitarbeiter, die, äh, naja, sowas vielleicht schon 30 Jahre oder so gemacht haben, die vielleicht dasselbe Formular als auf Papier hatten, und dann nachher haben sie dasselbe Formular nochmal nachgebastelt, und jeden Morgen ist das Fenster eigentlich an der richtigen Stelle, bis, äh, zu diesem einen schrecklichen Tag, ähm, äh, da ist natürlich auch eine große Panik vor Veränderung, weil es an diesen Grundlagen fehlt, wenn da irgendwas anders ist, also ich weiß nicht, äh, wie, wie die Kollegin jetzt die Umstellung von einem Windows zum nächsten, äh, überlebt hat, oder ob sie das jetzt so gleich gehabt haben, dass diese Eingabemaske immer noch an derselben Stelle war, sodass sie das dann irgendwie wiedergefunden hat, aber, also, Grundlagen, das ist, ist ja ganz, ganz wichtig, nicht? Also ich habe nicht Word gelernt, sondern ich habe die Grundzüge von Textverarbeitung verstanden, und dann kann ich mich mit irgendeinem, äh, Textverarbeitungsprogramm irgendwie, äh, arrangieren und finde, vielleicht nicht auf Anhieb sofort, aber ich finde dann, äh, die Position in dem Menü, wo ich was fettdrucke oder kursiv mache, eine andere Schrift auswähle oder ein Kapitelüberschrift oder sonst irgendwas, ich finde mich da zurecht, weil ich die Grundlagen verstanden habe. Oder die, die Abschläufe verinnerlicht, und zwar so auf, auf eine Weise, die nicht, das, was, was, was eigentlich nicht sein kann. Bestes Beispiel, nochmal den Schwenk zurück zu Windows 8 zu machen, wie schnell nach Windows 8 ist denn eigentlich dieses kleine Programmchen, ähm, wie hieß es, irgendwie, 7 Shell oder, wo einfach dieses alte Startmenü wieder implementiert wurde als, als, als Drittsoftware. Das, das hat, das hat, glaube ich, keine, keine zwei, drei Monate gedauert. da siehst du eigentlich mal, wo wir in der Welt stehen. Äh, um mal auf das, das Problem oder die, die These, die ich gerne in den Raum werfen möchte, äh, mal zu spezifizieren. ich vermute mal, dass wir wirklich alteingesessene Sachbearbeiter und, und auch führende Köpfe haben und jetzt das Problem, wo langsam so die, die Generation der Millennials an deren Stelle rückt, die was verändern könnten, weil, weil sie damit aufgewachsen sind, die aber teilweise auch schon, wie wir schon richtig gesagt haben, verbrannt sind. Also, wir sind gerade, äh, in, in der Situation gefühlt zumindest, dass, der Umschwung ja da wäre, wenn er überhaupt Bock hätte, gegen, das anzukämpfen und gegen das, das alte Bollwerk anzukämpfen, was einfach über Jahre hinweg versäumt wurde, aufzuklären oder den, die Leute, das Nötige mit an die Hand zu geben. Das ist jetzt so ein bisschen die These, die ich so habe, weil, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, bei uns in der Stadtverwaltung, äh, eine Stelle anzunehmen und dort alles auf links krempeln zu müssen. Also, da, da, da kriege ich ja jetzt schon graue Haare. Also, allein bei der Vorstellung dran. Ja. Aber ich glaube, wir sind so an dem Punkt und das merkst du gerade, also, gesellschaftlich beziehungsweise, ähm, ja doch, gesellschaftlich sind wir an so einem Kipppunkt, wo jetzt jeder sagt, wir hätten schon vor Jahren damit anfangen müssen, also zumindest die, die, äh, wenn denn die jüngere Generation, aber, jetzt so viel Bollwerk da ist, dass du das gar nicht geschafft kriegst, wegzuräumen oder umzurüsten, weil es einfach eine massive Wand inzwischen ist. meine Meinung. Jetzt geht's schon ins mystische, philosophische Gesellschaftskritik. So schnell geht's ja. Ja, also, oder vielleicht läuft die Entwicklung auch, ähm, dahin, dass es, äh, nur noch letztendlich einen Webbrowser gibt, wo irgendwas drin läuft und, ähm, die Leute vielleicht so grundlegend, äh, so einen Tabellen- sonstwas-Werkzeug denn, äh, kennen und dann, dass das, äh, eher so ein bisschen in die Richtung geht, äh, also vielleicht nicht wirklich Grundlagen, nicht wirklich verstehen, aber wenn's so ein bisschen anders ist, dann kommen sie vielleicht auch noch damit zurecht, vielleicht, äh, kann, kann sich das noch ergeben. Also, ich weiß es nicht, ob das in die Richtung geht, aber es gibt ja sehr viele erfolgreiche, ähm, ja, Webprojekte, ähm, ach, ja, keine Ahnung, also es gibt ja wirklich viele, also irgendwie sowas wie, dieses mit den Tabellen da, das ist wohl ein ganz heißer, äh, Scheiß im Moment, und da gibt es auch die freie Version, die hatten wir mal im Livestream bei, ähm, bei Linux Guides, irgendwie NocoDB, das ist das Genre dann vorgestellt, ähm, also, es scheint schon, äh, da ein, ja, was heißt Bedarf, also, eine Nutzerschicht für solche Sachen zu geben und, ähm, das kannst du auch denn, äh, ja, selbst betreiben, also vielleicht ist es in die Richtung, denn nachher doch was zu holen, aber was die öffentliche Verwaltung angeht, ich, ich weiß es nicht, ob das, äh, wirklich so ist und, ähm, ja, also, und, äh, zur Frage da, da, ob das irgendwie so ein, also, was ich sagte mit dem verschobenen Fenster, ob das jetzt so ein, äh, wie stand das hier so schön, ein episodischer Einzelfall ist, also, das war eins von den wirklich krassen Beispielen, äh, die, die er mir so genannt hat, oder dieses mit dem, äh, äh, 19 durchstreichend, 20 drüber schreiben, Fotokopiere und so, ähm, das sind natürlich Einzelbeispiele, die ziemlich krass sind, wo man sich wirklich an den Kopf fasst, aber es gibt halt eine Menge drumrum, äh, 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 wo eigentlich grundlegende Probleme sind, also, wo man diese grundlegende Richtung sieht, wie problematisch das Ganze ist, dass der Grundlagen einfach nicht vermittelt wird und, äh, ja, das ist ein Problem, also, die Leute können wahrscheinlich in ihrem Fachgebiet, äh, kennen sie sich gut aus, hoffe ich jedenfalls, dass sie das können, äh, aber die Werkzeuge richtig zu nutzen oder verstehen, wozu das Werkzeug da ist und wie man damit umgeht, das fehlt leider und das müsste, ja, ja, müsste man vielleicht mal mit Schulungen angehen, so, ganz allgemein. Das kostet Geld, das Geld ist nicht da. Ja, das kostet Geld, ja, ja, natürlich kostet, das kostet alles Geld. Ja, aber sind wir wieder bei diesem, wie ich es genannt habe, Bollwerk, also, du musst einiges bewegen und das ist keine leichte Aufgabe. Das stimmt und wer will es machen? Wer will durch das Minenfeld laufen und am Ende noch lebend ankommen und dann noch groß was verändern? Das ist schwierig. Also, theoretisch kann das ja bloß von oben kommen, aber da muss auch jemand sitzen, der wirklich die richtige Kompetenz dafür hat. Also, wir haben, haben wir ein Digitalisierung, irgendwie so ein Digitalisierungsministerium, haben wir, oder? Haben wir das? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Viel wichtiger ist die Frage, ob das, der Internetausbau immer noch beim Verkehrsamt liegt. oder die Infrastruktur, die Infrastruktur des Internets immer noch beim Verkehrsministerium liegt? Ich glaube schon, ja. Ja, war ja wegen Datenautobahn damals. Ja, ja, genau. Liegt immer noch. Und wenn man sich manchmal anguckt, was bei uns auf den Autobahnen los ist, dann ist man noch da verloren im Posten. Also, ich sage nichts mehr dazu. Es ist, ja, alles Wahnsinn. Wie hat, war das Marco, der ist von, ohne Humor fällt man bei dem Thema in Depressionen. Es ist leider so. Das stimmt. Man, man wird schon leicht manisch, wenn man sich das anhört und lacht. Es ist eine Art Manie. Ja, schwierig. Und wie gesagt, wir werden es nur Stück für Stück ändern können, indem wir so ein bisschen energisch dranbleiben und ja, für uns selber die Entscheidung treffen und auch Aufklärungsarbeit, Pionierarbeit, wenn man wie der war es, der Heinrich Pionierarbeit im Mienenfeld, da passt es doch wunderbar leistet. Okay. Bundesministerium für Digitales und Verkehr, genau, hat er gerade geschrieben, habe ich auch gerade gesehen. Ja, hm, also da hört man jetzt auch nicht so wirklich viel Sinnvolles, ne, oder? Ne, die, weiß ich nicht. Also ist, ist mir jedenfalls nicht irgendwie positiv aufgefallen, dass da jetzt so ein Hauruck, so, wir müssen ja jetzt aber endlich mal was machen. Nö. Ja. Also, das ist in Deutschland überhaupt nicht so das Thema. Ne, wie gesagt, also da sind wir wie vorhin schon so 20, 30 Jahre noch hinterher. weiß ich nicht, ob das wirklich so viel ist, also viele andere Länder sind uns da ja voraus, gerade so die nordischen Länder, was so Verwaltung und Digitalisierung angeht, die sind besser davor, was aber auch wieder so ein bisschen zweischneidiges Schwert ist, dass da mit Daten irgendwie so ein bisschen anders umgegangen wird, ne, und das ist vielleicht auch nicht immer so schön. Also, andererseits kann man natürlich das auch so sehen, es ist gut, dass bei uns vieles nicht funktioniert und weil es nicht funktioniert, kann nicht so viel schief gehen. Und, ähm, ja, eine Lochkarte kannst du schlecht hacken, ja. Ja, genau, ja. Aber ist das, wollen wir das wirklich, ist das unser eigener Qualitäts- und Leistungsanspruch kann eigentlich nicht sein, oder? Ähm, ähm, also gerade, was jetzt so die Kommunikation mit den Bürgern angeht, also diese Formulare, die, die ich da teilweise sehe, wenn ich das jetzt irgendwie studiert hätte oder eine Ausbildung im jeweiligen Fachbereich, dann würde ich die auch verstehen, sehen, aber viele von den Dingern sind halt, äh, 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 komplett unleserlich, äh, geschrieben, also irgendwie, was wollt ihr von mir? Also an solche Sachen, also unabhängig jetzt von Digitalisierung, müsste man auch mal rangehen, also das Ganze verständlicher zu formulieren und, ähm, das, das irgendwie anders aufzubauen, also die, dieser Anspruch ans Gegenüber, der müsste sich ändern und, ähm, was mir eine erzählte, fand ich eigentlich ganz interessant, also Digitalisierung ist überhaupt nicht das Problem, aber es ist vieles einfach zu kompliziert, also die Formulare sind zu kompliziert, die Abläufe sind zu kompliziert, das ging früher mal besser, da meinte sie, in den 70ern, da hat sowas noch alles funktioniert, da war es, da war es halt deutlich einfacher und wenn wir jetzt, ähm, wie, wie viele Prozesse, die werden digitalisiert, aber es ist genau derselbe Mist wie vorher, es sind genau dieselben Mistformulare mit komplizierten Formulierungen, die du nicht mehr auf Papier einreißt, sondern den in Rechner reinklopft, aber es ist genau derselbe Mist, also an diese Stellen müsste man auch mal rangehen, also, ja, aber, okay, wir sind jetzt schon relativ weit weg von digitaler Souveränität und Dinge, die man auch nochmal irgendwie machen müsste. Ne, du kannst die Brücke schon wieder zurückschlagen, also, dadurch, dass so viel kompliziert ist, hast du ja gar nicht die Energie wirklich oder die Ressourcen frei, um wirklich digital souverän und unabhängig zu sein, weil, du hast so viele Baustellen und nur einen, äh, Stundenarbeiter, wie willst du das machen? Da werden halt nur noch, ähm, Löcher geflickt. Und wenn es die Lizenzkosten bei einer großen Firma im Ausland sind. Ja, das stimmt. Aber ein Positiv Beispiel, ähm, ist eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten, die hat sich schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, wir nehmen nur noch Produkte aus Deutschland. Ob die jetzt quelloffen oder quellgeschlossen sind, ist erstmal dahingestellt, aber die möchten ganz gerne definitiv das Know-how im eigenen Land haben und auch dort belassen. Damit eben überhaupt Veränderungen passieren im eigenen Land. So dieses Fundament und da war ich ziemlich beeindruckt. Also, ähm, man könnte als, ähm, Firma auch anders rangehen an die Sache und das war ein positives Beispiel, wo ich mir denke, jo, so hätte ich das ganz gerne noch ganz, ganz oft woanders. Ja, das stimmt. Ja, Support ist natürlich immer so eine Sache, ob das besser klappt, wenn du jetzt eine deutsche Firma hast oder wenn die sonst wo sitzt, äh, ja gut, das ist teilweise wirklich Glückssache, aber, äh, so gefühlsmäßig, äh, du kriegst eine deutsche Firma eher noch besser ran, selbes Rechtssystem, also nicht über die Grenze hinaus, selbst wenn es nun innerhalb vom EU-Raum ist, äh, macht, also das macht es ja trotzdem nochmal irgendwie schwieriger mit, also keine Ahnung, mit Steuer und sonst irgendwas, ähm, und verschiedene Rechtsrahmen und hier und da und so, ähm, also von daher, das ist an vielen Stellen doch einfacher. Jedenfalls theoretisch, ne, und, äh, ja. Naja, das ist immer so die Sache. Aber wie ich schon gesagt habe, es geht nur wirklich in, in, in kleinen Schritten von unten nach oben, sonst seh ich da schwarz, also, da bin ich ja schon echt beruhigt, dass, dass unsere Zuhörer und unser Publikum da auch, äh, ich sag mal, mit unserer Meinung so d'accord geht und wir zumindest so auf einer Wellenlänge ungefähr schwingen. Und mehr als Trommeln und, und Pionierarbeit im Mienenfeld leisten können wir alle nicht. Tja, oder wir müssen doch nochmal in die Politik gehen und dann so richtig, äh, einmal von oben das Ganze durchorganisieren, dann stellen wir bloß noch richtige, äh, IT-Leute ein, die wissen, was sie tun, bezahlen die auch richtig und dann können wir das Ganze wuppen. Genau. Das machen wir, ne? Das machen wir dann aber erst nächste Woche. Genau. Und dann auch nicht gleich sofort. Nee. Weil, äh, die Woche ist eh kurz nächste Woche. Ja, stimmt, also das lohnt sich nicht. Wir fangen übernächste Woche damit an, aber dann aber auch wirklich. Mhm, genau. Spätestens da. Ja, also war mal interessant mit dir drüber zu reden oder mit euch, mit den Zuhörern und, äh, live zu Schauernhörern. Genau. Hörschauern, Schauhörern. Da, da schauern wir, also wir schauern innerlich noch so ein bisschen nach, wie gruselig das Ganze ist. Ja. würde ich jetzt wohl nicht sagen. Ja, also, für mich ist es ja eigentlich nichts Neues. Ich weiß nicht, ob das jetzt, keine Ahnung, für irgendjemand, ähm, so wirklich, ähm, das Weltbild komplett verrückt hat, äh, vorher gedacht hat, oh, bei uns läuft das alles total gut und überhaupt, ähm, ja, ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass ich in der öffentlichen Verwaltung unbedingt arbeiten möchte, weil da kann ich noch richtig was bewegen. Ähm, ich glaube mal nicht, aber man weiß ja nie. Richtig, wir leben in interessanten Zeiten, also, und wir können sie noch mitgestalten. Das ist, denke ich mal so. Das stimmt. Das, was ihnen irgendwo im, im Kopf bleiben muss. Wir haben die Möglichkeit, Veränderungen herbeizuführen und wenn es auch nur im privaten, häuslichen Kreis ist, ist ein Anfang. Ja. Genau. Dementsprechend kommen wir jetzt ans Ende. Genau. Der Meister der Überleitung. Der Meister der Überleitung. Bei dir gibt's ja gleich auch noch was, oder? Äh, genau, ich werd mich jetzt weiter beschäftigen mit dem Servercluster im Eigenbau. Das war letzte Woche durch den Feiertag, ähm, ja, quasi verschoben worden. Genau, also, bleibt dran oder beziehungsweise kommt, ähm, auf, äh, Twitch zu Micha und guckt euch dann mal an, was er da Schönes macht. Ja, ansonsten, was haben wir dann? Oder auch YouTube, da läuft er dann auch weiter, da muss ich nur kurz pausieren, das, das ist alles ein bisschen hakelig bei YouTube. Aber es wird dann nach einer ganz kurzen Pause, wo ich noch online, äh, weiter sein werde, weitergehen mit Servercluster im Eigenbau. Genau, Dateisystem wollten wir ja verteilen. Das war auf meinem Zettel hier. Hm, nicht schlecht. Und ansonsten, das ist ja auch digitale Souveränität. Macht das selbst zu Hause oder in der Firma. Genau, oder in der Verwaltung, wenn ihr die Möglichkeit habt. Oder das. Dann ist im Keller ein Dateisystem, auf dem Dachboden ein Dateisystem und irgendwie bei der ältesten Mitarbeiterin in der Ablage noch eins. Ja. Und dann muss man noch eins nach draußen bringen, damit es auch Rand und Katastrophen sicher ist. Das ist wichtig. Oder am besten alles ausdrucken, da kann sowieso nicht so viel passieren. Hm. Das wäre mal so eine... Das ist ein gutes Papier-Backup. Das wäre mal so eine Maßnahme. Ja, gut. Wer hat denn überhaupt die Möglichkeit, das Papier-Backup dann wieder zurückzuspielen? Muss man wieder abtippen. Mit Schreibmaschine. Freiheit! Ja, oder man... Man nimmt... Praktikanten heißt diese Software. Günstige. Ach, die? Genau. Praktikanten. Ja. Gewusst wie. Jo, okay. Ich habe nochmal den Link reingeschmissen. Also kommt da gerne mit rüber zu YouTube. Ich habe bloß den YouTube-Blick reingeschmissen. Ist ja auch egal. Also die kann man ja auf zwei Kanälen parallel angucken. Bei Twitch geht es, glaube ich, immer ein bisschen schneller. Aber prinzipiell ist es ja genau dasselbe. Genau. Jo, dann in 14 Tagen gibt es wahrscheinlich den nächsten Tux-Flash-Thema haben wir noch nicht, aber dann sehen wir uns, hören wir uns in 14 Tagen insofern wahrscheinlich wieder. Genau, wir schauen dann wieder. Ganz gewohnte Runde und dann geht das wieder seinen Gang. Freiheit! Ich muss die Alerts ausschalten. Äh, danke. Das ist, das knallt hier immer richtig rein. Ach, das macht bei dir auch noch Ton, oder was? Ja, da schreit dann jemand Freiheit. Da sind wir übrigens wieder bei der Souveränität. Das hat einen Grund, dass das so energisch geschrieben wird. Das Schlimme ist, das ist dann auch in der Tonspur vom Podcast. Nicht wundern! Das ist halt so. Ja, ich muss mir das mal angewöhnen, dann für die Zeit das auszustellen. Ich habe ja alle Fenster offen, aber ich habe die natürlich stumm. Wenn ich mir hinterher nochmal die Aufzeichnung angucke und höre, dann fallen mir die Ohren ab, oder wie? Mhm, obwohl ich die schon relativ leise habe. Okay, okay. Vielen Dank fürs Dabeisein, Hauke. Vielen Dank an unsere Hörer, Zuschauer. Bleibt gesund bis zum nächsten Mal und Pionierarbeit im Minenfeld. Ganz wichtig, damit gehen wir heute nach Hause. Macht's gut und ja.